Hallo meine Freunde der Sonne, da sind wir wieder, aber bevor ich mit dem Video anfangen möchte, möchte ich euch trotzdem nochmal ganz kurz was sagen. Ich nehme natürlich alle Vorschläge von euch an und ich werde auch auf alle Vorschläge reagieren, soweit mir die Zeit da keinen Strich durch die Rechnung macht. Aber ich möchte hier vorneweg nochmal sagen, ich werde kein Meinungsblogger und ich möchte das nicht zu meinem Hauptcontent machen. Also sprich, ich möchte jetzt nicht jeden Tag über andere YouTuber irgendwie urteilen oder sonst irgendwas. Dafür habe ich den Kanal nicht gemacht und ja, das wollte ich schon mal ganz nebenbei sagen. Also so einmal im Monat ist so ein Vorschlag vollkommen legitim und wir können gerne darüber diskutieren, aber dass ich jetzt ein richtiger Meinungsblogger werde und mich über jeden YouTuber unterhalte, was er falsch gemacht hat, was er nicht falsch gemacht hat, steht gar nicht, das ist gar nicht meine Aufgabe und das ist auch gar nicht der Sinn meines Kanals. So, genug rumgeheult, ihr habt euch das gewünscht und ja, wir gucken uns das Statement von Adressen League von CMAX an und Hate von anderen YouTubern und ja, da hören wir jetzt mal rein. Wir über dieses Apartment hier reden, denn wie die meisten mitbekommen haben, haben sich manche YouTuber das Recht genommen, einfach unsere Adresse zu liken. Also, wie ihr wisst, wir wohnen seit drei Wochen in Barcelona und haben im ersten Video aus Barcelona gesagt, hey, die Roomtour kommt morgen. Hat nicht so geklappt, denn das Umzugsunternehmen kam direkt am nächsten Tag, also an dem Tag, wo wir es für euch abdrehen wollten und haben halt 30 Kartons und was auch immer, alle Sachen einfach in unser Haus geklatscht und dann dachten wir uns, okay, wir müssen erstmal das komplette Haus fertig machen, alles ein rum, alles ein rum, das habe ich auch mitbekommen, aber wie viele Zuschauer, viele sehen ja immer, es gibt so YouTuber, die bei vielen Zuschauern einfach schon unten durch sind, egal was die machen, egal was die machen, selbst wenn die jeden Obdachlosen 1000 Euro spenden würden, die wären immer unten durch, weil dann würden die Zuschauer drunter schreiben, ja, du machst das doch nur, um wieder ins bessere Licht zu rücken und was mir auch über den Blog aufgefallen ist, also die wollten ja eine Roomtour machen, es ist halt manchmal so, man hat halt manchmal keine Zeit, es kommt halt einfach was dazwischen und klar, sie leben davon und da hat man vielleicht eine etwas andere Pflicht als, wie zum Beispiel ich, ist für mich hobbymäßig, ich mache das immer, also wie jetzt zum Beispiel nach der Arbeit, klar, wie schon gesagt, da ist es ein bisschen anders, aber trotzdem, wenn man halt mal das dann nicht an den Termin abgeben kann oder dass man das verschieben muss, damit kann man doch einfach leben, da kann man doch als Zuschauer, das muss man doch auch mal verstehen, ne, man darf doch nicht immer nur das Feinbild einen YouTuber sehen und ich spreche jetzt das Große und Ganze an, jetzt nicht spezifisch ihn, man kann ja nicht immer direkt das Feinbild sehen, oh ja, ganz viele hassen ihn, dann hasse ich ihn jetzt auch, ist scheißegal, ich habe zwar eigentlich eine eigene Meinung, aber wenn das so ist, dass andere ihn hassen, dann hasse ich den jetzt auch, da kriege ich immer so einen Hals, ne, das geht mir, weiß nicht, das verstehe ich nicht, ich verstehe, wenn man jemanden kritisiert, ich verstehe, wenn man es doof findet, dass es, ähm, Video vielleicht an den Tag nicht kommt, aber man muss doch auch mal das verstehen, dass es halt nicht kommt, wegen den und den Gründen, muss man doch einfach mal verstehen, es gibt auch mal YouTuber, zum Beispiel, ich gucke zum Beispiel, ähm, Modero zum Beispiel, das ist einer Dembach zu Crime-Serien und Dokumentationen und er hat seit zwei Wochen jetzt nichts gebracht und hat leider auch, ähm, nicht geschrieben, wieso, weshalb, warum und finde ich als, als Fan schade, aber wenn ich dann so da drunter lese, hier von wegen, was bist du für ein Punkt, 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 ähm, du kannst uns hier einfach stehen lassen, ihr wisst ja gar nicht, was passiert ist, vielleicht ist irgendwas Heftiges passiert, deshalb kann er sich gerade in dem Moment nicht melden, er wird sich irgendwann melden und er wird auch definitiv, äh, sagen, was Fakt ist, wenn er es sagen möchte, aber ihr müsst halt auch einfach mal Geduld haben und wenn ihr keine Geduld habt, dann, ja, mein Gott, dann guckt ja halt, äh, jemand anders und das macht man ja beim Fernseher auch, wenn ihr keinen Bock auf Werbung habt, dann schaltet ihr mal kurz um, Punkt, aus, Ende. Man muss auch noch nie hier gleich anfangen, äh, ähm, eine Riesendiskussion anzufangen, ähm, wo nur Beleidigungen, äh, drinstehen. Alles auspacken, dann können wir die Roomtour erst drehen und für die Leute, die jemals in ihrem Leben schon mal umgezogen sind, wissen, wie hart ein Umzug ist, vor allem in ein anderes Land und dann finde ich es halt einfach, ehrlich gesagt, einfach nur asozial, dass sich die Leute, die den ganzen Tag nichts zu tun haben, das Recht rauszunehmen, zu uns zu sagen, hä, ihr seid gar nicht ausgewandert, ihr lebt nur für zwei Wochen hier. Leute, wir haben drei Monate bis auf diesen Umzug hingearbeitet. Wir haben, ich, beziehungsweise du nicht, aber ich hab geheult, uns ging schlecht, wir waren die ganze Zeit so überfordert, vor allem mit einem Hund noch die ganzen Versicherungen zu machen, abzumelden und dann kommt irgendein Volldepp, sorry, kann ich nicht anders sagen, der 30 Abonnenten auf YouTube hat, denkt, geil, neues Video, ich expose jemanden. Einfach komplett ins Lächerliche ziehen, so, wenn mein Vater hat diese Videos gesehen und hat gesagt, er schämt sich für diese Gesellschaft in Grund und... Ja, wenn es der Vater sagt, dann wird es richtig sein, aber, ähm, jetzt mal Real Talk, das werde ich auch nie verstehen. Lasst doch einfach mal von... Ihr habt schon eine extreme Nähe. Ihr habt wirklich schon eine extreme Nähe, anstatt zu Schauspielern. So ein Dwayne DeVock Johnson oder Vin Diesel, ne, oder Will Smith, das sind so meine Lieblingsschauspieler, ne, ich hab jetzt nicht so viele, äh, deutsche Lieblingsschauspieler, wo ich jetzt sagen kann, ja gut, ich guck mir jetzt viele Videos von, äh, viele Filme von Till Schweiger aus oder so was an, oder von Otto, hab ich jetzt nicht. Aber da, da hat, selbst wenn ich das hätte, man hat zu denen einfach keine Nähe und ihr habt schon die Nähe zu euren YouTubern. Und, wenn euer YouTuber oder, oder jemanden, den ihr hasst, Scheiße gebaut habt, dann guckt den halt nicht an. Ihr könnt ja, ist ja, ist ja, wie ich schon gesagt, kein Problem. Das könnt ihr auch unter meinen Videos schreiben, ne, wenn ihr irgendwas Scheiße findet, was ich gemacht hab, was ich gesagt hab, dann, dann, dann stehe ich dafür gerade. Und, wenn ich Bock hab, dann mach ich daraus nochmal, dann mach ich nochmal ein Video und, äh, entschuldige mich auch. Ähm, aber ich lass mir dann auch nie hier von irgendwelchen Leuten, äh, mich irgendwie beleidigen, ne, von wegen, äh, du bist ein Punkt, 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 äh, oder wir liegen jetzt, äh, dein ganzes Privatleben, nur weil mich jetzt die Zuschauer nie mögen. Wo ich mir dann so denke, ey, was soll das? Warum muss man so krass in die Privatsphäre von Leuten eindringen, um, um die Leute dann auch noch vielleicht finanziell zu schaden, aber auch, um, um das ganze Image zu schaden, finanziell zu schaden und ihn als Privatperson zu schaden. Man kann ja die YouTuber auf YouTube hassen, aber ihr wisst ja gar nicht, wie er privat ist. Vielleicht ist er privat ein übelst cooler Typ. Vielleicht kann man mit denen wirklich so einen Bier schon trinken oder mal mit denen vernünftig reden. Wenn, wenn ihr den YouTuber nicht mögt, dann geht doch, geht doch weg. Dann guckt doch jemand anders an. Niemand sagt was gegen Kritik. Ist ja vollkommen legitim, ist vollkommen in Ordnung. Ihr könnt meinen Kanal mit Kritik zuspammen. Ähm, ich lese mal alle, wirklich alle Kommentare durch, auch wenn ich manchmal jetzt langsam, wirklich schon sehr lange, äh, dran sitzen muss. Aber wenn da auch mal ein Kommentar dabei ist mit viel Kritik, dann, äh, nehme ich mir die Kritik zu Herzen und versuche mich dann zu verbessern. Naja, und, dass man aber so weit geht und, und, und eine Adresse liegt, um vielleicht irgendwelche Klicks abzustauben und sich dann noch, ja, hm, ich, 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 er hat ja was falsch gemacht. Also darf ich ja eigentlich jetzt auch was falsch machen. Ich darf jetzt seine Adresse liegen. Das ist ja jetzt schon nur gerecht, ne? Und das würden bestimmt alle 14-jährigen Kitties feiern. Ey, da kriege ich unscheiße. Da kriege ich so einen Halt. Ey, das, das macht man nicht. Das macht man einfach nicht. Punkt, aus, Ende. Lasst doch die Leute im Privatleben in Ruhe. Ihr könnt doch unter den Kommentaren schreiben, was ihr wollt, aber lasst doch die Leute in Ruhe. Die haben euch doch persönlich nichts getan. Oder, Siemex oder irgendjemand, ne? Ich will es nicht so viel nennen. Oder, ne? Mir fallen jetzt ein paar tausend andere YouTuber ein, aber, wie gesagt, ich will es nicht, äh, die Namen nennen. Ähm, sind die zu euch ins Privatleben gekommen und haben euch persönlich angegriffen oder haben euch persönlich geschadet? Nein. Punkt, aus, Ende. ...Boden, er schämt sich. Weil er weiß, wie es uns ging. Wie oft wir bei ihm am Tisch saßen und nicht weiter wussten, weil wir so oft gestruggelt haben wegen dem Auswandern. Und ihr Debs, also wirklich, ich kann es nicht anders sagen. Die kleinen Kinder. Ja, es ist mir auch egal, ob ich jetzt unsympathisch bin. Denn ihr Vollidioten, nicht alle natürlich, so die Leute, die unsere Adresse geleakt haben, so, die haben nichts Besseres zu tun, uns das Leben schwer zu machen. Okay, Simi ist nicht der Beliebteste. Okay, ich bin auch nicht die Beliebteste. Okay, vielleicht gefällt euch unser Content nicht. Vielleicht feiert ihr Fortnite nicht, so, was wir vorher gemacht haben. Aber, das ist kein Grund. Vielleicht feiert ihr Fortnite, ne? Fortnite ist ja heute noch eigentlich relativ beliebt. So, das wird der Grund sein. Das wird der Grund sein, wieso die zwei angegriffen werden, weil Fortnite scheiße ist. Das ist der Grund. Ja, Fortnite mag halt keiner. Es gibt da so viele Fortnite YouTuber und Streamer. Und die werden ja auch nur beleidigt. Ich sehe es gerade so damals, wo ich Monte geguckt habe, und, 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 Standardskill. Die werden ja nur beleidigt, ne? Ich würde jetzt mal zurückrudern und würde einfach sagen, dass ein paar Aktionen, die er gebracht hat, einfach scheiße waren. Das ist wortwörtlich leider, ne? Ihr kennt vielleicht den, den Wurf mit der Hundescheiße. So benimmt, so sollte man sich nicht benehmen, wenn man im öffentlichen Leben steht. Und vor allen Dingen, dann noch das Video hochladen und dann noch drauf zu hoffen, dass man daraus wieder Reichweite generieren kann. Oder vielleicht positives Feedback. Ey, jo, hast du geil gemacht. Also, erst mal ins Ausland und direkt da scheiße machen, das ist cool. Also, ich bewerfe auch immer meine Mitmenschen mit Scheiße. Vielleicht könnte das, ich würde jetzt schon behaupten, das könnte vielleicht dran liegen, dass er vielleicht ein bisschen in der Kritik steht und dass sich natürlich ein bisschen, ein paar Leute angeegelt finden und ein bisschen, ein bisschen in die Stränge schlagen. Aber man muss halt damit rechnen. Das ist halt leider momentan das Problem und das wird sich auch die nächsten Jahre nicht ändern. Das wird, denke ich mal, die nächsten Jahre schlimmer. Dass bestimmte Aktionen, auf eine bestimmte Aktionen folgt halt eine Reaktion. Und leider sind die Reaktionen sehr heftig. Also, ich finde, ich würde Liegen wirklich als sehr, sehr heftig einstufen. Weil das wirklich ein extremer Einschnitt ins Leben ist. Wegen jedem Müll anzugehen, zu haten, aus Prinzip zu disliken. Junge, die Dislikes, die jucken mich nicht. Die Kommentare, die... Das sind immer so Punkte, wenn jemand sagt, die Dislikes jucken mich nicht. Ich weiß jetzt gerade nicht sein Verhältnis. Ich habe mal vor drei, vier Tagen reingeguckt. Ich kenne ihn, muss ich dazu sagen, auch noch von früher. Also, es ist nicht so, dass ich jetzt ihn nicht kenne und nie weiß, was er für Videos gemacht hat oder was er für Videos macht. Ich kenne ihn noch von früher, wo er wirklich noch beliebter war. Sag ich mal, wo er auch noch nicht so groß in der Öffentlichkeit stand, aber schon eine gefestigte Community hatte. Aber ich denke mal, jetzt werden natürlich das Verhältnis scheiße sein, und ich kann mir halt nicht vorstellen... Also, man sagt zwar immer, es juckt einen nicht, aber kennt ihr das Phänomen, gerade wenn ihr selber YouTube macht, man liest so 50.000 positive Kommentare und dann in den 50.000 positiven Kommentaren ist ein negativer Kommentar und den negativen Kommentar merkt man sich eher als die positiven Kommentare. Das ist einfach so. Auch wenn es wirklich noch... Wenn das Verhältnis 1 zu 100 ist. Sowas prägt sich aber eher ein anstatt die ganzen positiven Kommentare. Weil man möchte ja irgendwie schon was mitnehmen, so Kritik und sowas nimmt man ja schon ernst. Manchmal sind es halt Beleidigungen, so denke ich mir auch, ja gut, beleidige mich halt mal in WeLife, das machst du eh mal und nie wieder. Da bin ich ehrlich. und das sind halt so Punkte, also ich kann mir das, also wenn das immer YouTuber sagen, ja die negativen Daumen nach unten oder die negativen Kommentare jucken mich nicht. Das kann ich mir immer nicht vorstellen, weil irgendwie muss es dann schon einen auffallen und wenn man so sieht, oh das Video hat sage ich jetzt mal 4.000 positive und 10.000 negative, das trifft dann schon, weil man ja weiß, okay, vielleicht habe ich jetzt hier scheiße gemacht, vielleicht habe ich eine extrem heftige Hater-Community jetzt aufgebaut, irgendwie will man da ja auch wieder raus. Schreibt, die jucken mich nicht. Ich sitze da, lache über euch, dass ihr euch die Mühe macht, diese zwei Minuten aus eurem Leben verschwendet, um einfach ein asozialer Mensch zu sein. Ich lache darüber. Wir genießen unser Leben. Kann ich zwei Minuten ganz schön Decker angucken. ist unser Leben gefährden. Ich kriege Drohnachrichten, dass mir Leute meine Adresse, die genau schreiben und sagen, ja, ich komme nach Barcelona, ich steche euch ab und sowas. Leute, es geht zu weit, egal ob es ernst gemeint ist oder nicht. Diese Sachen gehen absolut zu weit und die Krönung kommt jetzt noch. Jetzt kommt halt der Punkt. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wie viele würden das echt machen? Wie viele würden das echt machen? Also ja, ich verstehe, was sie damit meint. Solche Kommentare gehen mir auch auf den Sack. Aber wie viele würden das echt machen? Also, man hört das ja jetzt in den Nachrichten, dass jeden Tag, es gibt es ja nicht nur in Deutschland, sondern wenn man das jetzt mal auf die ganze Welt verteilt sieht, gibt es ja wirklich sehr, sehr viele YouTuber, die gehilft werden, weil sie vielleicht auf YouTube Scheiße gebaut haben oder von Anfang an ein bisschen asozialer unterwegs sind. gibt es wirklich ein paar Beispiele. Und da liest man auch immer wieder Kommentare von wegen, ja, ich steche dich ab und sowas. Und ganz ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die das wirklich machen? Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich mal einer meiner Top-Kommentare? Da denke ich mal, bis heute noch nichts passiert. Also, klar gibt es bestimmt, gerade wenn man eine Community, sage ich mal, von mehreren Tausenden, Zehntausenden, Hunderttausenden oder Millionen hat, klar gibt es bestimmt irgendwo unter den Millionen ein Psychopathen, den man vielleicht dann ein bisschen im Auge behalten sollte und der es vielleicht dann ein bisschen zu ernst meint. Aber, dass er dann wirklich in dem Moment was macht, kann ich mir immer nicht vorstellen. Und meistens sind es ja eh so irgendwelche 13-Jährigen, das finde ich ja eh immer am geilsten, wenn man dann, die heißen, es gibt wirklich Leute, die heißen auf YouTube genauso wie auf Instagram, habe ich euch ja mal erzählt, da habe ich ja auch schon mal jemand angeschrieben, der war dann erst mal sehr erstaunt und denke ich dann immer so, okay, alles klar, du kannst doch nicht mal ein Küchenmesser festhalten, ohne dass du zusammenbrichst, weil das zu viel Gewicht wäre. Und du willst jetzt mich ja abstechen. Na, ihr wisst, was ich damit meine. Den Ellie meinte, wegen euch musste unser zweiter Hund, den wir uns geholt haben, eis sie raus aus dem Haus, weil wir haben mit dem Vermieter, auch wenn da bei dem Airbnb Eintrag stand, dass keine Haustiere erlaubt sind, wo voll viele das als Kriterium gesagt haben, dass sie deswegen unsere Adresse lieben, weil wir ja einen Hund dabei haben, seid ihr irgendwie komplett auf den Kopf gefallen, geht es euch nicht mehr geistig gut. So, wir haben das mit dem Vermieter abgeklärt, dass wir einen Hund haben dürfen, auch wenn es ein Designerhaus ist, weil wir eine Versicherung für Taro haben, wenn er Schäden anrichtet. Und dann haben wir uns quasi auch noch Eisi geholt. So viele von euch haben dem Vermieter gesagt, ja, einfach angerufen, wie kann man die Nummer raussuchen, komm Vermieter, nicht mal freundlich. Aber ich finde das jetzt so in dem Video übelst geil, dass sie Freundin fast irgendwie mehr sagt. Er guckt so immer so, darf ich jetzt auch mal reden? Find ich immer so übelst cool. Also, war jetzt kein Font oder so, aber irgendwie hat die, also ich habe immer das Gefühl, dass sie wirklich die Hosen anhat. Also, so ein bisschen zumindest. Oder, dass sie eher den Part übernimmt, wenn es mal ein bisschen emotionaler wird. Also, da habe ich irgendwie so das Gefühl, er hält sich dann lieber zurück und lässt so, seine Freundin das alles machen. Was ja jetzt auch nicht verkehrt ist. Wie schon gesagt, weil es nie von mir irgendwie soll kein Font sein, soll es auch nicht sexistisch irgendwie sein. Auf jeden Fall, dass es können Frauen hier oder Pibapo hier jetzt wieder irgendwelche Leute falsch verstehen. Ich finde es halt nur, mir gerade so aufgefallen, dass sie extrem schnell immer reinredet. Also, sowas finde ich zum Beispiel auch heftig. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid in der Öffentlichkeit, ihr seid vielleicht nicht der Beliebteste, aber es gibt es dann irgendwelche Idioten, die dann den Vermieter anrufen und sagen, ja, also wisst ihr, das finde ich nie gut. Auf der Seite steht keine Hunde und jetzt haben sie zwei Hunde und nee, also da müssen sie jetzt was machen. Und das Problem ist auch immer, damit schaden die ja meistens immer Drittel. sehr genauso wie die ganzen Trolls, die es gibt hier von Streamern und sowas, wenn mal Pizza bestellt wird oder Feuerwehr-Einsatz oder irgendwas, die schaden ja null den Streamer oder null den YouTuber. Als YouTuber geht man runter und sagt so, ja, hier ist nix, hier ist alles in Ordnung. So, vielleicht hattet ihr für die paar Sekunden dann Spaß, aber das kostet halt wieder so unglaublich viele Gelder und ihr müsst immer bedenken, wenn die jetzt in dem Moment hier im Einsatz sind, Großalarm, mehrere Einsatzfahrzeuge und in dem Moment passiert wirklich was, in dem Moment stirbt jemand, weil irgendein Idiot hier Fehlalarm gemacht hat, ja. Ich wollte das ein bisschen anders formulieren, aber mein Gehirn hat zu lange gebraucht. Und auch das mit dem Hund, warum muss man so tief in die Privatsphäre eindringen, warum? In der Vermittlung einfach den Vermieter höchstpersönlich anrufen und sagen, belästigen und sagen, ja, die machen YouTube und die zeigen das ganze Haus und die haben zwei Hunde und dies und das und da ist einfach der Punkt gekommen, wo er so viele Anrufe, wo sie so viele Anrufe bekommen hat und uns tatsächlich angerufen hat und hat gesagt, morgen ist der zweite Hund weg. Leute, wir müssen wegen euch IC weggeben. Quasi hätten nicht so viele angerufen, du darfst noch mit Gorni reden, okay doch, die Freundin ist fertig. hätten wir IC behalten dürfen, aber dadurch, dass quasi so viele sie genervt haben, dachte sie sich, nee, ein Hund reicht schon, so, den zweiten Hund will ich nicht. und so mäßig sowas posten die das überhaupt im Internet, dass sie sich einen zweiten Hund holen, so, keine Ahnung, dass Leute, so, ich könnte jetzt wieder anfangen zu heulen, deswegen wohne ich in einer zweiten Wohnung, bis wir halt ein Zuhause für IC gefunden haben, weil der Hund draußen muss. Das sind wirklich so Momente, die ich immer nicht fasse. Warum muss man, egal wie sehr man eine Person nicht mag, warum muss man dann immer so weit gehen? Ist das irgendwie so für manche eine Befriedigung? Ist das wirklich für manche Leute irgendwie so eine Befriedigung? Anstatt wirklich mal konstruktive Kritik zu äußern oder den YouTuber einfach in Ruhe lassen, weil man den nicht mag. Nee, man muss immer weiter gehen, immer weiter, immer einen draufhauen, immer weiter, immer weiter, bis er YouTuber komplett down ist. Wie ich schon gesagt, ihr kennt ihn, ihr kennt ihn privat nicht. Ihr wisst nicht, wie er ist. Er hat Scheiße gebaut, ja, aber es ist jetzt nicht so, dass er, sag ich mal, so weit gegangen ist, dass man wirklich sagen müsste, okay, das ging eindeutig viel zu weit, also dass er wirklich jemanden körperlich verletzt hat, dass er wirklich, ähm, ja, Sachen gemacht hat, die einfach viel zu weit gingen, ähm, da würde ich das, ja, selbst da würde ich das Liegen nicht verstehen. Da kann man immer noch den Weg der Behörden gehen, da kann man immer noch zur Polizei gehen. Und ich wohne jetzt dank euch in einer zweiten Wohnung, wir müssen im Monat wieder Geld ausgeben, dafür, Endlich Ruhe, es geht nicht mal um dieses Geld, es geht nicht mal um das Geld, es geht ums Prinzip, dass ich wegen euch ausziehen muss, nur damit Ice hier nicht in dem Haus ist. Belästig irgendwelche Weiber und wild Dichte. Das ist aber auch bei Trimax so, bei seiner Reaction mit seinen irrelevanten Freunden, die daneben sitzen und versuchen, auf Krampf lustig zu sein. Fühlt euch bitte angesprochen, wenn ihr das Video anseht. Eine Bitte habe ich, konstruktive Kritik. Revi und KuchenTV sind so die einzigen, die korrekt sind. KuchenTV, bester Meinungsblogger, den ich je gesehen habe. Der zählt einfach die Fakten. Oder vielleicht, man kann ja auch einfach mal, was ich auch nie verstehen werde, man kann ja auch einfach mal auf den YouTuber, wenn man eine bestimmte Reichweite hat und auf den YouTuber kann man ja auch einfach mal zugehen und mal fragen, hier hättest du mal Bock, wir müssen das ja nicht im Stream machen, hättest du mal Bock aufs Stream, dass wir mal ein bisschen reden, weil du stehst halt gerade in der Kritik. Ich finde halt ein paar Sachen scheiße, aber nee, das ist ja menschlich, also bitte, also reden, nee, da schreibt man lieber als Fangemeinschaft scheiße. und sagt, was Sache ist und versucht nicht auf Krampf lustig zu sein und Revi schreibt mir einfach privat und versucht es zu klären und ist einfach korrekt und versucht zu verstehen, wieso ich so handel und macht dann auch korrekte Reactions, weil er ganz genau weiß, wie viel Aufmerksamkeit er durch mich bekommt und ich lasse die Videos nicht claimen, dass ich zum Beispiel sag, ey, nee, ich will die Einnahmen dafür bekommen, weil es ja mein Content ist oder ich lasse ihn nicht stricken, mir ist das komplett egal, ich wende ihm sein Hack, aber wenn dann so ein Trimax kommt, der sogar im Video die Adresse liegt im Twitch Stream vor 20.000 oder 30.000 Leuten, das ist gar nicht okay, versucht komplett brand safe zu sein, aber macht dann wiederum, weißt du, tretet dann auf Leute drauf, die komplett auf dem Boden sind und macht das wiederum. Also ich muss dazu sagen, ich weiß es nicht, ob es wirklich wahr ist oder so, das höre ich jetzt gerade in dem Video zum ersten Mal. Also wenn, weiß ich nicht, also man muss ja bedenken, Trimax hat ja schon eine noch größere Reichweite und egal wer es macht, das ist scheiße, aber was wäre, wenn jetzt irgendjemand von Trimax, weil er den nicht mag, irgendwas liegen würde? Das würde der auch nicht in Ordnung finden. Warum macht man das dann bei anderen, die man nicht mag? Also ob da, vielleicht war es ja auch nur aus Versehen in dem Stream, ist auch scheiße. Das ist Cybermobbing, das ist Cybermobbing. 900.000 Menschen haben dieses Video gesehen, wo man unser Haus drin sieht, in welchem Ort das in Barcelona liegt. Ich will nicht wissen, wie es sagt. Leute, jetzt, es fliegt niemand so. Ich wohne im Bunker, wir haben das Haus für einen langen Zeitraum genültet. Wir sind nicht nur zwei Wochen da drin, wir haben so viel, über 20.000 Euro, nein, ich muss das jetzt einfach sagen, auch wenn man nicht über Geld spricht, wir haben über 20.000 Euro, beziehungsweise er, für die Leute, die mich immer machen. Also gut, also wir, beziehungsweise er, aber wir haben das Geld. Ähm, ja, also, wenn ihr möchtet, so, ich kann gerne noch ein bisschen Geld rein, ne? Ähm, also, Kondodaten würde ich euch dann zuschicken, ne? Hätte ich auch gerne was, also hätte ich auch ein bisschen was davon. Ähm, finde ich, finde ich, ähm, ja, also ein bisschen was, ne? Und in 20.000 kann man ja, so, 1.000 Euro im Monat abgeben, ne? Hätte ich kein Problem mit. Ich putze auch euer Haus. Versprochen. Nackt. Das wollt ihr nicht sehen. Ich auch nicht. Aber die Hunde auch nicht. Die werden so mal verschwinden, aber egal. Ich putze euer Haus. Ich koche. Macht die Wäsche. Ich mache alles. Würde ich gerne machen. Ähm, jetzt wollt ich noch irgendwas sagen, ähm, da werden jetzt bestimmt auch gleich wieder ja übelst viele so sagen, hä, also, die ist doch bestimmt nur wegen Geld da. Nein, es gibt auch, es gibt auch Liebe, ne? Also, ich weiß, das kennen die meisten gar nicht. und es ist auch scheißegal, wer das Geld verdient, ähm, heutzutage, ich hätte damit auch nie ein Problem, wenn, wenn, wenn ich irgendwo bald eine Frau schon habe und die mehr verdienen würde, als ich viel mehr verdienen würde, dann ist es halt so, ne? Oder die so viel verdienen würde, dass ich, äh, Hausmann wäre, dann ist es halt so. Na und? Es, die, dieses, dieses Rollenbild oder direkt dieses, dieses, ne, hier kann man ja noch nicht mal eine Kritik äußern, weil ich finde, ähm, es ist doch vollkommen legitim, weil ich jetzt schon die, die, die Kommentare unter meinem Video sehe, ah, die ist doch nur wegen dem Geld zusammen. dass ich nur wegen Geld habe und ich nichts zahle, so, aber, kann man jetzt erst, über 20.000 Euro wurde ausgegeben, damit wir dort in dem Haus über ein halbes Jahr oder länger wohnen können, so, und, im Sommer, Juni, Juli, August, wir werden so die Hölle heiß bekommen, so. Aber ich sag euch ganz ehrlich, weil es wirklich warm wird. Bis dahin werden wir wieder, durch diese Videos, so viel verdienen. Boah, das macht den jetzt irgendwie, so ein Punkt, muss man da sagen, dass man, das ist irgendwie so ein übelst unsympathischer Move, wenn man sagt, ja, bis dahin wird man eh so viel wieder verdienen. Bis es überhaupt dazu kommt, sag ich euch ganz offen und ehrlich, ich, ich, ich tue dieses Geld sowas von einfach. Weil man, man, man darf halt auch den Aspekt auch nie vergessen, gerade als YouTuber, ich habe immer das Gefühl, das vergessen immer voll viele YouTuber, dass man auf dem Stand ist, wegen den Fans. Vielleicht auch ein bisschen wegen den Hatern. Du hast vergessen immer sehr viele Hater, dass die extrem viele, extrem dazu beitragen, über das Ranking-System, dass das Video besser gewankt wird. Ja, aber gut, wäre jetzt ein Move, den würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt so sagen würde, es ist mir doch egal, ich kriege in einem Monat wieder 20.000. denen schenken. Ich sage, ey, wir haben zwar für ein halbes Jahr gemietet, sind hier erst zwei, drei Monate und dann holen wir uns, dann, dann holen wir uns etwas anderes, was nicht bei Airbnb überhaupt nicht gut ist. finde ich gut, dass er auch mal reden darf. Weil das war irgendwo auch unser Fehler, dass wir nicht nachgeschaut haben, ob man das irgendwo finden kann. Trotzdem muss man nicht die Dreistigkeit besitzen. Ja, das geht gar nicht. Das ist, das ist, das ist Cybermobbing. Und schau mal, das Ding ist, bevor es überhaupt so weit kommt, bevor wir überhaupt diesen Stress haben, wir werden da ausziehen. Ja, wir werden auch nie wieder eine Roomtour hochladen, wir werden auch nie wieder irgendwie unser Haus hängen oder sonst was. Finde aber gut. Eine Sache ist es, jemanden nicht zu mögen. Es ist auch eine andere Sache, Wenn man sich nur so schützen kann, leider. Auch eine andere Sache ist es, einen Kommentar zu schreiben, hey, ich feiere dich nicht, du bist trash. War das nicht mal, ich glaube, bei Kronk oder so, bei irgendjemandem war das doch mal, wo die Fensterscheiben, wo, war das bei Kronk? Es war schon Jahre her, wo die Fensterscheiben gezeigt worden sind und nur in dem Gebiet wurden, also war die Firma, der Standpunkt von der Firma, die die Fensterscheiben gemacht hat und der Kundenstamm war auch nur da in der Nähe und da wusste irgendjemand dann direkt, wo Kronk in der Nähe wohnt. Ich weiß nicht, ob es bei Kronk war. Das ist einfach Kritik, das ist einfach Meinung. Ich will mich nicht zu weit auf dem Fenster legen. Morddrohungen, das ist keine Meinungsfreiheit und meinungsfreiheit zu sagen, der Typ, der verdient ist, dass seine Adresse geleakt wird, wir haben zwei Wochen nichts gesagt. Gar keiner. Ja, weil wir einfach drüber nachgedacht haben und einfach alles regeln wollten. Und es ging so schlecht, warum kam zwei Wochen nichts? Junge, wir haben drei Monate darauf hingearbeitet, dachten, unser Leben ist jetzt so wieder gut, weil wir beide dann im Tiefpunkt waren. Und ihr kommt dann für ein paar Klicks. Moment, die Freundin war noch gar nicht. Du kannst ja jetzt nicht einfach hier reinreden. Was soll denn das? Mensch, hat sie dir das erlaubt? War ein Spaß. Kleiner Spaß. Irgendwelche YouTuber und machen unser Leben so kaputt, so, keine Ahnung, das ist... Und versuchen quasi, wenn man schon ganz am Boden liegt, nochmal richtig drauf zu treten und da denke ich mir so, einfach nur, ey, findet ihr das jetzt mal an die YouTuber, die jetzt hier drauf auch reagieren? Ihr seid der Grund dafür, ich bin auch ein YouTuber. Geil. Er meint vielleicht ein bisschen auch mich, auch wenn er mich nicht kennt. Wieso unsere Adresse so publik wurde, wieso wir nachts schlecht einschlafen und Angst haben müssen, dass irgendwelche Psychopathen kommen und wirklich... Das glaube ich halt nie. Finden Sie das wirklich gut? Also, ich verstehe natürlich so ein bisschen auch die Angst, wie schon gesagt, weil das Thema ja gerade so extrem heftige Wellen schlägt und dass er natürlich eine Person mit fragwürdigen Aktionen ist und das ja natürlich ein bisschen jetzt in der Öffentlichkeit in der Kritik steht, ist jedem klar. Ja, vielleicht ist man da ein bisschen vorsichtiger, aber wie schon gesagt, ich kann mir das irgendwie nie vorstellen, dass da wirklich jetzt irgendjemand dann dahin geht mit einem Messer. Also wenn, dann heftig. Und ich hoffe, das passiert natürlich nie. Hoffe ich, egal welchen Menschen, das wünsche ich niemandem. Ich glaube einfach, das sind so Leute, die wollen einfach richtig provokant schreiben und die wollen einfach nur Bedrohungen ins Internet posten, weil es irgendwie ihr Hobby ist, ihr Leben ist, einfach richtig krass zu haten oder richtig krass zu bedrohen und und und. Also, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Also es ist halt bis jetzt, wie schon gesagt, es gibt ja noch andere YouTuber, die noch heftiger in der Kritik stehen, noch wirklich heftige Sachen gemacht haben und die leben ja auch noch. Tausende Klicks für paar tausend Euro auf unseren Nacken, die ihr gemacht habt. So ein ganzes Video über 30 Minuten schneiden, cutten, alles machen, aber eine kleine Nachricht an ihn oder an mich zu schreiben, hey, ist es so, wie alles gesagt wird? Hey, soll ich das? Klar, natürlich macht man nicht als YouTuber. Man reagiert drauf, man macht seinen Content, man verdient sein Geld. Okay, aber bei so einem ernsten Thema. Das finde ich aber auch immer mega schade, dass die Leute, verschickt mir her, haben wir selbst Päckchen. Also ich habe das jetzt alles so mitbekommen, habe mir selber darüber ein Bild gemacht und da habe meine eigene Meinung dazu gebildet. Ich habe zu Haten, zu Hass und zum Ligen, kennt ihr ja meine Meinung, da bin ich strikt dagegen und da werde ich auch für immer und ewig dagegen sein. Da musste ich mir vorher jetzt keine Videos angucken, weil ich einfach dagegen bin. Egal, wie man in der Öffentlichkeit steht. Und wenn es aber jetzt ein anderes Thema wäre, zum Beispiel ein Video von irgendjemandem, keine Ahnung, von Herrn Newstime, der macht ein neues Video, ist, warum ist Wudig hässlich? Und dann gibt es dann so viele, die dann drauf reagieren, ja, der ist hässlich, der ist hässlich, der ist hässlich. Aber ohne mich vielleicht vorher zu fragen, wie ich, ne, es ist ein scheiß Beispiel, ich weiß, ihr wisst aber, was ich meine, mir fällt jetzt gerade nichts Besseres ein. Man sollte sich vielleicht vorher selber ein Bild machen, sich selber informieren, sich vielleicht mehrere Quellen raussuchen, vielleicht noch mit der Person selber nochmal reden, man muss ja nicht unbedingt in der Öffentlichkeit machen und dann kann man ja ein Video zu machen. Wenn es wirklich um die Privatsphäre und die Sicherheit eines anderen Menschen geht, dann schreibt man der Person, wieso lügst du deine Fans an? Und dann hätte er schreiben können, hier, unser Mietvertrag, hier, das, hier, Bilder vom, vom Umzugs, So, ich weiß, dass es nicht korrekt war, was ich gemacht habe. Ich weiß, dass ich provokante Aussagen bringe, um euch noch mehr zu triggern, aber muss ich dann damit rechnen, dass meine Adresse geleakt wird, dass man abgestochen wird, dass man Morddrohungen bekommt, muss man damit rechnen? So, findet ihr das? Das ist nicht normal. Das, findet ihr das normal? Wollt ihr in der Situation sein? Ich kriege schon Morddrohungen, wenn ich mal auf der Toilette bin. von wegen hier. Hm, du warst jetzt 5 Minuten auf der Toilette. Wenn sie jetzt nicht sofort wieder auf Arbeit gehen, sofort wieder arbeiten, dann bringe ich sie um. So, ich, ich habe dafür kein Wort. Denk mir auch immer. Scheißheder. Und ich bin auch überlegen, ob ich überhaupt noch mal in dieses Haus zurückgehe, weil ich bin seit gestern, Ich bin sogar schon in einer anderen Wohnung. Ja, so Ellie hat einfach komplett Angst. Ich bin so, hey, wenn er kommt, ich habe genug Sachen zu Hause, um mich zu wehren, wenn jemand kommt. weißt du? Allein. ich hätte, habe ich was zum wehren? Aha. Ich habe eine Peitsche hier. Ja, das ist halt schwierig hier zu erklären. Federn habe ich auch hier, das ist auch schwierig zu erklären. Handschellen ist auch ein bisschen schwierig zu erklären, weil ich bin, ähm, ich arbeite zwischendurch als, ähm, äh, Ordnungshüter. Da braucht man Federn und Handschellen und so. Also als, äh, Nachbarschaftswache arbeite ich. Genau, genau, Nachbarschaftswache. Genau, und, ähm, sonst hätte ich noch einen Löffel, ne, den ich erschärfen könnte, weil meine Messer sind so stumpf. Also damit kann, ne, ne, ich frage, ich kann ja auch zu Tode langweilen. Also so, auf den Einreden, dass er dann irgendwann keinen Bock mehr hat und sich vielleicht dann selber noch was antut. Das ist ja auch von jetzt. Überlegen uns eine Waffe zu holen, so. Das kriege ich hin. Das ist, Leute, das sollte nicht sein. Und, das ist keine Nachricht an die Leute, die uns schreiben, wir stechen euch ab und dies und das, das können wir eh zum Teil nicht ernst nehmen. Natürlich haben wir Angst so, klar, weil es gibt so crazy Menschen, aber das sind nicht die Menschen, die einem schreiben. So, wir wissen, die Leute, die uns schreiben, das sind so 13-jährige Lisas und Toms, so weit, die einfach uns abgeschütteln. Die Lisas. Diese Nachricht geht an die YouTube- die das Ganze als Publikum gemacht haben. Wollen alle abstechen. Keine Ahnung, ein Typ, der nur 20 Abonnenten hat und unsere Adresse rausgefunden hat, wie auch immer und es in seine Instagram-Story packt, so, das juckt niemanden. Aber ein Trimax, der so viele Abonnenten hat, der so eine große Reichweite hat, der, was heißt das, das juckt niemanden. Selbst wenn er jetzt nur 20 Abonnenten hat, das Video bleibt da. Ich weiß nicht, ob er das offline genommen hat, keine Ahnung. Aber, das Video wird ja, auch wenn es so am Tag immer nur ein, ein Aufruf ist, immer ein Aufruf, ne, also, das bleibt da online. Ich hoffe, der hat es runtergenommen. Keine Ahnung. Haben mich mit den Typen auch nicht beschäftigt. Aber sowas geht halt auch gar nicht, ne. Oh ja, irgendwas fliegen ist doch geil, vielleicht kriege ich jetzt auch richtig, richtig, richtig Abonnenten. Also, und wer vor allen Dingen schon so im Internet ist, dann wisst ihr ungefähr, was es manchmal für Menschen, äh, in echt sind, ne. und was soll ich halt großartig zu denen sagen. Ganz ehrlich, äh, du bist auf der falschen Plattform. Wenn es dir gefällt, dann musst du im Darknet irgendwie dir was suchen, dann musst du da irgendwelche Livestreams machen, wenn du solche Leute haben willst, die wirklich Leute schon erstochen haben oder, oder wirklich schon geleakt haben oder bibapo. Wenn du lieber solche Leute haben willst, dann gehst du halt ins Darknet oder sowas. Aber, äh, ich weiß nicht, also, wer ich du, mal ganz ehrlich, ne. Da würde ich jetzt Eier beweisen und schreiben hier, war scheiße von mir, scheiß Aktion, ich hab's für Klicks gemacht, tut mir leid. Aber würdest du nie beweisen, das wäre ich doch mein... Egal, ob du irgendwas Negatives gesagt hast, einfach dieser Fakt, dass du unsere Privatsphäre gebrochen hast. Und das geht an alle anderen YouTuber. Als YouTuber musst du aufpassen, was du sagst, so. Das wissen wir auch, aber wenn wir ein Stück Kacke werfen und das lustig finden, dann... Aber warte, 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 dazu wollte ich noch sagen... Darfst du schon reden? Nicht mal versucht, den Fahrradfahrer zu treffen, Du hast auf den Bus geworfen. Ich hab auf den Bus geworfen und dann... Na gut, das finde ich jetzt aber... Das ist... Ne, das finde ich scheiße. Dass man jetzt anfängt, das zu relativieren und zu sagen, ja, ich wollte ja eigentlich... Ich wollte niemals den Fahrradfahrer treffen. Ich wollte ja... den Bus treffen. Es geht um Kacke werfen. Es ist scheiße. Das machen Affen im Zoo oder sowas. Noch nie mal Affen. Selbst Affen haben manchmal ein höheres Niveau als so manche Menschen. Das... Nein, das soll jetzt kein Angriff sein. Ich meine nur, das jetzt irgendwie zu relativieren. Sag doch einfach, scheiß Aktion. Hm, war dumm. Punkt aus Ende. Weil das war schon eine scheiß Aktion. Vor allen Dingen, wenn man gerade in einem anderen Land ist und so klein anfängt. Was soll denn das? Und vor allen Dingen, dass das Video dann vielleicht noch für Klicks und sowas macht. Muss das sein? Muss das wirklich sein? Und das jetzt noch irgendwie schön zu reden, das ist auch Kacke. Daneben war ein Fahrradfahrer, den ich nicht getroffen habe. Hätte ich den Fahrradfahrer getroffen, der wäre höchstpersönlich umgedreht und hätte mir eine Frau getroffen. Aber ist er trotzdem scheiße? Und ich bin jetzt nicht irgendwie unfähig. Es geht auch darum, was du in dem Video gemacht hast, ne, ne, wem du getroffen hast, sondern was du in dem Video gemacht hast, das macht man halt nie. Ich lauf auch nie draußen rum und werfe mit Kacke. Dass ich einen Fahrradfahrer treffe, so wie so soll ich auch einen Menschenwerfen. Natürlich ist es nicht korrekt, wenn ich meine Verwandten im Zoo sehe, die bin ich mit Kacke. Natürlich haben wir da ein bisschen was getrunken und hatten einen Pegel, aber ich will gar nicht wissen, wie viele von euch privat irgendwelche reudigen Sachen gemacht haben. Ja. Ich werfe jeden Tag mit Kacke. Natürlich habe ich eine Vorbildfunktion. Und das ist so ein Thema, worüber man unendlich reden könnte. Ich bin euch ganz offen und ehrlich. Jeder YouTuber, der auf diesen... Finde ich auch geil. Ich will gar nicht wissen, was ihr privat schon gemacht habt. Ja, jeder Mensch hat irgendwie schon Scheiße gebaut, aber wir haben es halt nie hochgeladen auf YouTube und erhoffen uns damit irgendwie noch positiven Zuspruch zu bekommen oder irgendwie Klicks abzustauben. Zumindest kenne ich nicht solche Leute. Es war halt einfach eine Scheißaktion, wortwörtlich. Dieses Video hier reagiert und es versucht schlecht zu reden bis auf ein Kuchen-TV, so, weil der geht immer sachlich an die Sache ran ohne voreingenommene Meinung. Bis auf den nehme ich eh keine Meinung ernst und ich glaube Elli auch nicht, weil die anderen versuchen einfach nur auf Krampf lustig zu sein und versuchen einen zu exposen oder zerstören, wo ich mir so denke, kommt doch erstmal in diese Position oder argumentiert einfach sachlich und... das einzige was die in diesem Video exposed haben ist deren schlechter Charakter. So, mehr nicht. Und im Endeffekt, wenn ihr jetzt sagt ey die übertreiben oder sonstiges, wart ihr schon mal in der Lage, dass ihr gefühlt von ganz Deutschland gehatet wurdet. Wart ihr schon mal in der Lage, dass Ausnahmen... Also, na gut, ich sag mal so von gefühlt ganz Deutschland, ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass die Zahlen auf YouTube so 900.000 aufrufen oder so, das ist jetzt nie wirklich gefühlt ganz Deutschland. Und ich glaube auch nie, dass die Leute in Altenheimen sagen, oh ja, den muss ich liegen, den kenne ich, ja, den mag ich nicht, also den finde ich scheiße. Das ist halt, wenn man das jetzt mal wirklich auf Deutschland widerspiegeln will, 84 Millionen sind wir gerade. Mit mir sind wir 85 Millionen, ich zähle für eine Million, weil ich so viele Gehirnzellen habe. Ne, ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Achso, ähm, ja, gefühlt ganz Deutschland, also, ja, selbst zwei Millionen ist keine, ist halt keine Zahl. Es ist halt, ist halt noch nicht mal gefühlt ganz Deutschland. Ne, aber ich weiß, wie er das sagen möchte, klar. Pfand gemacht wurde, wart ihr schon mal in der Lage, dass ihr random einfach beleidigt werdet, dass ihr Morddrohungen bekommt. Ich glaube nicht. So, bei euch läuft alles perfekt und hier müsst euch über gar nichts beschweren. Ihr habt noch nie Cybermobbing erfahren. Natürlich habe ich viel Geld und sonstiges kann mir irgendwelche krassen Sachen kaufen, aber ich bin euch ganz offen und ehrlich, wenn ich dieses ganze Geld eintauschen könnte für ein normales Leben ohne diesen ganzen Stress, zum Beispiel einen krassen Finget Spinner. diese ganzen nervigen zwölfjährigen Fanboys, die dann einfach random beleidigen, so, dann würde ich das auch machen. Direkt. Ohne zu zögern, Leute. Und im Endeffekt war es jetzt ein langes Video. Ich hoffe einfach, dass diese ganzen Menschen dadurch ein bisschen Einsicht zeigen und vielleicht ein bisschen Menschlichkeit besitzen. So, es war vielleicht nicht cool, was ich gemacht habe, aber was ihr jetzt im Nachhinein aus der ganzen Sache macht, ist unmenschlich, um ehrlich zu sein. Das ist einfach nur noch Cybermobbing. In diesem Sinne, keine Ahnung, wie es weitergehen soll. Und ja, ciao. Also, ich muss ganz einfach sagen, ihr wisst ja, wie ich dazu stehe. Und ich finde das cool, dass Zimax hier mal dazu ein Video gemacht hat. Ich hasse den überhaupt gar nicht. Und ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass er im Real Life ein richtig cooler Dude ist. Er kam mir auch hier mega sympathisch rüber. Ich bilde mir auch keine Meinung über YouTuber, weil sehr viele YouTuber sich natürlich auch verstellen so ein bisschen. Vielleicht hat das auch heutzutage ein bisschen was mit Klicks zu tun, dass man halt aufs Krampf versucht, schnell Reichweite zu generieren. Man kann auch heutzutage sehr schnell fallen. Muss ich einfach dazu sagen. Hier gibt es ja auch sehr viele Beispiele. Nicht nur deutsche YouTuber, sondern wirklich weltweit. Und ich finde, der ist ein cooler Dude. Man muss ihn nicht mögen. Wenn man ihn nicht mag, dann soll man ihn halt nicht angucken. Ich finde cool, dass die Frau die Hosen anhat. Und lasst ihn einfach komplett in Ruhe. Und wenn ihr schreibt doch einfach sachliche Kritik. Was ist daran so schwer? Wir können uns doch alle wie Menschen benehmen, oder? Schreibt drunter, ja, das und das fand ich doof. Könntest du vielleicht irgendwie dazu in Kommentarstellung nehmen, warum hast du das jetzt hochgeladen oder irgendwas? Aber ihr müsst doch nicht anfangen mit liegen oder das komplette Privatleben zu zerstören. Was soll denn das? Sind wir hier im Kindergarten oder was? Ja, und ich hoffe, den beiden geht es bald wieder besser. Ich hoffe, die kommen da ein bisschen aus der Scheiße raus. Ich wünsche ihnen das auf alle Fälle. Ich wünsche ihnen auch alles Glück der Welt. Und ja, vielleicht guckst und ja, wie schon gesagt, alles Glück der Welt von meiner Seite aus. Lasst euch nicht ärgern, lasst euch nicht runterziehen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, haut rein und tschüss.